Leute, ich hoffe ich habe jetzt die richtige Einstellung und alles, aber, dass ich für OBS die Priorität hochsetzen muss ist schon echt lahm, weil, ich weiß auch nicht, irgendwas sagt mir, dass... Obwohl, ne, ist immer noch... Ist immer noch... Tod? Jetzt ist wieder alles in Ordnung. Komisch. Scheint wohl doch geholfen zu haben, die Priorität zu ändern. Aber ich finde es schon echt bescheiden. Ich meine, der erste Part, den ich heute aufgenommen hatte, war mehr oder weniger doch sehr flüssig. Und... Nur wenige Lacks drin gehabt. Aber als ich das Level hier machen wollte, da hat es nur noch gelackt. Also nur noch Kodierungsprobleme. Ich weiß nicht, ob dieses Level so technisch, grafisch so extrem ist, dass OBS da ausrastet. So, wo sind hier die Minikids gewesen? Ich glaube, das Minikit hier hatten wir schon, oder? Ich überprüfe das mal lieber. So, haltet bitte Ausschau nach diesen blauen Truhen mit den Hasen drin. Denn die werden uns wichtig. Aber ich bin jetzt wirklich schon halt sehr genervt. Und wegen dem ganzen Gedönse leider sehr genervt. Gab es denn nicht diese blauen Dinger? Gab es denn nicht diese blauen Dinger? Mülltonnen, aber irgendwie hat das jetzt hier nichts drin. Und dann geht's real. Okay. Moment, habe ich eigentlich Story ausgewählt? Nee. Ist schon ein freies Spiel. Okay. Ja, also wie gesagt, das war jetzt echt... dass es so passieren musste. Was sind diese grauen Tonnen? Habe ich schon graue Tonnen übersehen? Ich meine am Anfang wäre auch noch so eine gewesen, aber irgendwie auch nicht. Nee, irgendwie nicht. Das ist tatsächlich keine. Ich kann leider auch nicht sehen, wie viel ich im Abschnitt habe. Leider. Das kann ich leider nicht erkennen. Ja. Ja. Das ist ja ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich. Ich bin immer noch etwas sauer. Vor allem, ich habe 64 gearweit RAM hier drin und trotzdem meckert der immer noch. Ey, wie viel RAM soll ich dem noch geben, dass er immer aufhört zu meckern? Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja nicht normal. 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 Jetzt muss ich das erstmal aufbrechen hier. Weil die so fail war. Also diese Knochenhäschen habe ich bis jetzt nur zwei gefunden. Ah, dass ich jetzt noch nicht fertig bin. Oder, ich bin ich jetzt schon mal hier? Ich bin jetzt schon mal hier, die Frage. Hier ist das erste, was wir gefunden haben. Ja? Da muss es ja nicht. Hier steht noch irgendwo... Ich habe nichts gesehen, noch gefunden. Hä, wo ist denn das letzte? Nicht doof? Einer war hier drin. Das zweite, was wir gefunden haben, war schon am Ende des Bereiches. Und wo sind dann bitte... Wo ist denn bitte hier noch eins? Ich habe hier nicht noch eins gesehen, also... Falls wirklich noch einander ist, dann muss es sich irgendwo verstecken. Alles halt nur wo. Diese Kroko-Menschen... Wobei, ne... Das sind eigentlich gar keine Krokodile, ne? Ne, aber das Problem ist, es können Krokodile sein, es können aber auch flügelose Drachen sein, es könnten aber auch Dinos sein, man weiß es nicht. Aber... Ja, dann haben wir eigentlich Hörner. Zumindest die meisten westeuropäischen Drachen. So, aber wo ist jetzt das letzte Häschen, was ich suche? Also... Habe ich es echt verpasst? Ich habe es echt verpasst. Weil da war das zweite. Das erste war hier drin. Da muss doch irgendwo hier noch eins sein. Ach, hier ist nichts. Irgendwann muss doch ein Knochenhaufen rumliegen. Mehrere Hinsicht. Aber ich sehe hier nicht noch einen Knochenhaufen. Wo ist jetzt der letzte Hase verflixt? Ich sehe nicht. Das kann ja nur eine Mülltonne sein, ne? Also... Eine Mülltonne mit Knochen. Müssen wir suchen. Und dann... aber ich sehe hier einfach nichts mehr ich habe doch alles schon zerstört wo sind hier noch ein knochenhaufen auch bitte jetzt lass mich doch nicht hier im level hängen muss doch irgendwo noch was sein aber ich sehe hier keine knochenhaufen leute bitte nicht hier ist auch nirgendwo mehr ein mülleimer als ob das jetzt so verbuggt ist dass ich das nicht mehr krieg das ist jetzt nicht euer ernst das ist doch zwei ich hab doch nur zwei von dreien wo ist das letzte hier ist nichts hier ist auch nirgendwo mehr ein mülleimer oder sowas gar nichts auch leute was macht ihr mit mir das ist echt nichts mehr als hätte ich wirklich schon alles zerstört und die hasen werden bestimmt nur in diesem gebiet sein boah das können die gar nicht ich fürchte ich finde es nicht mehr aber das ist eigentlich unruhisch mach doch nicht diesen draußen wo ist der letzte hase es kann nicht sein ja man kann es berechnen nicht ach leute ernsthaft ich muss nach gucken oder was ach man gar keine lust Ich muss echt nachschauen, ey, ich glaub's ja nicht. Ich muss echt nachschauen, ey, ich glaub's ja nicht. Ich hab schon einen verpasst. Riechen. 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 Tut mir leid, dass das Level jetzt so lang wird, aber was hätte ich tun sollen, ne? Ach bitte. Es hat doch so schön geklappt, bevor ich rausgetappt hab. Warum? Warum tut mir das mal an? So, hier gibt's noch drei Mini-Kids. Das Level ist so verrunzt, ey. Das, dass ich jetzt schon über 20 Minuten in dieser einen Stelle da verbracht hab. So, hier gibt's noch drei Mini-Kids. Okay, noch zwei. Ich hasse mein Leben, ey. So, hier gibt's noch drei Mini-Kids. So, hier gibt's noch drei Mini-Kids. So, hier gibt's noch drei Mini-Kids. Jetzt hat der schon wieder Ruhe gegeben. Ich weiß nicht, bei den Spielen ist es echt immer ne Witzel. Nicht, wenn wir... Ach so, da kommt nicht hoch, sag doch mann. 26 minuten schon für das level 27 minuten schon für das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11 2, 3, 4, 5, 7, 11 3, 4, 6, 7, 11 3, 5, 8, 11 Ok nur Rucksack die uns zu dem hier führt So, aber es fehlt noch ein Code-Code-Code-Rothaufen. So, 9 von 10, danke. Jetzt läuft es auf einmal. So, jetzt läuft es auf einmal. Mann! Alter! Mann! Der nervt! Verpiesel dich, Mann! Hallo! Erst du mich mal? Danke! Jetzt habe ich alles, was ich brauche. Bis zum nächsten Mal. Ciao!